Feigenkultur ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Diese Frucht, die seit der Antike als Heilquelle verwendet wird, kommt auf ihren Tisch, indem sie alle nützlichen Bestandteile des Bodens sammelt. Feigen, die in regelmäßigen Abständen anstelle von Produkten mit raffiniertem Zucker verzehrt werden, bieten unserem Körper unglaubliche Vorteile und heilen viele physiologische Probleme. Was sind die Vorteile des Feigenkonsums, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des Verzehrs von nur zwei Feigen pro Tag? Feigen sind sehr reich an Mineralien wie Magnesium, Mangan, Kupfer, Eisen, Kalium und Phosphor. Hohe Kaliumspiegel übernehmen eine sehr wichtige Verantwortung für den Blutdruckausgleich. Mit ihrem reichen Vitamingehalt bekämpfen Feigen freie Radikale, die Blutgefäße schädigen und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Es ist auch so, dass Feigen sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe enthalten. Die darin enthaltenen löslichen Ballaststoffe wirken als Probiotika und ernähren die nützlichen Bakterien, die für das Darmgewebe sehr wichtig sind. Unlösliche Ballaststoffe hingegen ziehen Wasser aus dem Körper in das Verdauungssystem, wodurch andere Nährstoffe viel besser aufgenommen werden können. Bereits zwei Feigen decken 15% des täglichen Bedarfs an Ballaststoffen. Die in den inneren Teilen der Samen enthaltene Pektinsubstanz verbessert die Darmfunktion und hilft dem Verdauungssystem, gesund zu arbeiten. Zwei getrocknete Feigen gegen Krankheiten. Feigen sind ein sehr starkes Antioxidant mit antibakteriellen Eigenschaften. Es hilft dem Körper, Viruserkrankungen zu bekämpfen, indem es das Immunsystem mit seiner hohen Menge an stärkenden und schützenden Verbindungen aktiviert. Insbesondere die Gelportionen enthalten phänolische Verbindungen, die für ihre entzündungshemmende Wirkung bekannt sind. Diese Substanz erweicht den Rachen, lindert trockenen Husten und entspannt die Atemwege. Darüber hinaus verhindern die Bestandteile in Feigen das Wachstum von Krebszellen. Mit Hilfe von Antioxidantien hilft es, Giftstoffe schnell aus dem Körper zu entfernen. Es neutralisiert freie Radikale im Körper. Andererseits enthalten Feigen Vitaminderivate, die für die Serotoninproduktion verantwortlich sind. Serotonin hebt die Stimmung und reduziert mentalen Stress. Es schützt unser Nervensystem, insbesondere indem es die Ausschüttung des bei Stress ausgeschütteten Hormons Cortisol reduziert. Was sind also die Nachteile des Feigenkonsums? Zunächst einmal, obwohl Feigen gesund sind, sind sie im Grunde eine Frucht und haben einen gewissen Zuckergehalt. Daher sollten Diabetiker beim Verzehr von Feigen vorsichtig sein. Darüber hinaus kann ein übermäßiger Verzehr von Feigen Verdauungsprobleme verursachen, indem er mit Ballaststoffen und Ballaststoffen im Verdauungssystem verbleibt. Wie viel sollten Feigen konsumiert werden? Experten empfehlen, Feigen drei bis vier Tage die Woche ein- oder zweimal täglich zu verzehren. Es kann problemlos zum Süßen gesunder Lebensmittel wie Mill, Joghurt und Haferflocken verwendet werden. Im Lichte dieser Informationen können Sie Feigen in Ihr Ernährungsprogramm aufnehmen und langfristig von Ihren Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu mögen und unseren Kanal zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleibt gesund, sei informiert.